Firmaintern bin ich Polier, habe aber eigentlich nur Vorarbeiterschule gemacht. Mein Job ist, dass die Baustelle läuft. Dein Ziel, das du gehabt hast, ist meistens Anfangswoche. Probierst du Ende-Woche durchzuhalten. Du musst das auskoordinieren, managen. Ja, dass auch Leute, die es braucht, kommen nicht. Strom, Heizungen, auch zusammen musst du manchmal aufbieten. Zwei, drei, vier Tage davor. Du kannst nicht eine bestimmte Vorrat der Kunst nachher. Und wenn das aufbaut, ist das eigentlich erfüllt.